2 12 8 links rechts links 2 12 8 2 12 8 ok gewesen sie nicht noch mehr platz weg das gut was hinterher untergehen würde mich jetzt schon mal interessieren zuviel schuss zuviel schuss folgen dafür dass die gleich wieder aufstehen liegt hier irgendwas der steht nicht auf grünes kraut kann man glaube ich direkt benutzen nicht runter hier sind wir beim schlammer monster ist ja nicht auch genau hier hier konnte hier kommen die kurbel einsetzen was wir machen wir unten sind ich wollte eigentlich eigentlich hier sein aus gutem grund dann machen später vor allen dingen sind jetzt immer weiß auch irgendwie die granaten ausgegangen das auch weil wir haben ja eine wie heißt es eine gute heilungsmöglichkeit da müssen wir auskommen denn stattdessen wollte ich mal hier runter am ende ist es doch eine sackkasse wetten es ist eine soll das das hier geht es noch weiter ich habe es nicht gecheckt ich dachte jetzt nichts runter wie ist diese doofen bahn okay an die treppe hochkommen auch nicht doch diesmal eben hochgelaufen sind ja vorbeigejoggt okay da müssen wir entlang Ich kann das tun. Das ist so ekelhaft hier, ne? Ach, was hier so für ein Sifty-Decke runtertropft, das ist so widerlich. Der Asiate wieder. Der will's noch mal wissen. Boah. 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 Mist. Nein. Shit. Okay, die vergiften uns also. Tod? Ja, dann sollte man mal schnell zurück. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis wir... Oh Mann, ey. Bis wir abkacken. Komm Leon, du schaffst das. Das ist... ...tox und raus. Okay, dann... ...nehmen wir doch mal... ...nehmen wir doch mal sowas hier. Woher weiß ich denn, wie... ...wie... ...wie viel... ...ah, okay, wir sind gesund. Okay. So, ich kann jetzt noch eins mitnehmen, aber... ...äh, ich vertraue mal darauf, dass... ...dass wir das jetzt schaffen. So, das ist die große Frage. Sind die tot, oder... ...muss ich mal... ...muss ich mal nachhelfen? Sieht doch nicht so richtig tot aus. Da hinten... ...blubbert noch einer von denen rum. Naja... ...äh, benutzen wir erstmal das Ding hier. So, wir hoffen... ...wir die Dinger wohl noch benutzen müssen. Hm. Noch ein paar Mal. Okay. Jo, das ist sehr gut. Noch zehn Schuss haben wir damit. Boah. Krass. Eigentlich war es gar nicht so schlecht, dass ich da... ...ääh... ...nochmal nachgelegt hab, ne? Mit dem Schießpulver. So, kommen wir hier aus. Oh, ne. Geil. Ach, das ist doch der Raum. Jawoll. Noch ne Gürteltasche. Geil. Noch ein Film. Ah, Hiding Place. Tja, wir brauchen nur eine Möglichkeit, das entwickeln zu können. Den haben wir doch im Video gesehen. Der ist auch hier... ...umgekommen. Äh... Ähm, ja, den können wir eigentlich auch Zobby sein lassen. Ähm, ja, den können wir eigentlich auch Zobby sein lassen. Dann fährt die Brücke hoch. Dann fährt die Brücke hoch. Und wir können wieder hier zurück. Bei den Arbeiterpausenraum. Beziehungsweise hier rein. Hm. Keine Ahnung, wie wir da reinkommen. Treatment Facility. So, wir haben jetzt schon mal eine... ...Statue mehr. Auf der anderen Seite... ...was war hier denn noch? Was war hier? T-Stackenvertiefung. Dann können wir da eigentlich auch mal lang gehen. Gehen wir mal zurück. Das ist gerade ein leicht erratischer Weg, den ich hier laufe. Aber so langsam... ...weil ich so ein bisschen... ...die Orientierung... ...oh ne, komm halt. Ja, geh weg, geh weg, geh weg. Sonne of a bitch. hier waren wir noch nicht auf jeden fall noch platz für weitere stecker ist gut schlüssel für die facility teile kommt auch noch mal zurück wahrscheinlich müssen wir zurück weil da auch noch weitere figuren teile sind oder figuren schlüssel figuren stecker oder wie die heißen das sieht nicht gesund aus so eine weitere türen was war denn da wir werden hier mit einem grünen kraut gelockt so eine versuchung nachgehen ich kann doch nicht gesund sein hier bist irgendwas was mir gleich an den sack will es ist gegen wachs ich weiß nicht ob ich hier sein möchte es gibt ja schon viele abzweig möglichkeiten weil hier kommen jetzt halt auch lang das mal gucken welchen weg uns jetzt hier frei gemacht haben wir brauchen diesen das ding auf jeden fall noch mal hier geht's zurück sind wir da wo ich denke dass wir sind ja ich glaube schon was soll ich jetzt zurückgehen aha sehr gut okay gut dann kam hier zurück das heißt wir können darunter gehen aha dann in den untersten kanal aber ich glaube die sache ist die oder gehen wir noch in den untersten kanal ach so den schlüssel möchte ich gerne einsetzen ach ja so okay wie kann man noch mal die türen denn jetzt rein na wo war das denn hier nicht muss hier gewesen sein ja sage mal doch hier wo war das hier und hier und hier dann lass uns doch da gerade mal hingehen solange wir auch noch diesen schlüssel haben weil da müssen wir nämlich noch über die brücke dann lassen sie es doch gerade eben noch machen ja das ist ein guter plan das gefällt mir ich habe das gefühl können da noch wichtigen wichtiges zeug looten aber sind wir überhaupt richtig vull ne ne das ist kompliziert ne ne das ist kompliziert ne 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 gar nicht weiter kann man von hier aus nochmal nach oben das weiß ich jetzt schon nicht mehr müssen wir jetzt runter um wieder nach oben zu kommen ach mit dem Aufzug richtig, da war ein Aufzug und was war hier? da war auch irgendeine Treppe lassen wir erstmal Treppe sein genau und jetzt kommen wir hier ganz hoch genau oh oh nein ach man ach doch nicht eine Granate für so einen Doofkop und der hat nicht mal den mitgenommen hier hier, hier, das wollte ich benutzen hier gibt's doch schon was tolles ok 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 wo ist das schon? hier gibt's doch schon noch mehr äh äh ah guck mal hier ah SZF Jazz Festival SZ wo war nochmal das Schloss dazu? das ist die nächste Frage ok bei Schießprobe nehm ich immer so, damit hätten wir hier einen Aufzug der vermutlich hochfährt keine Ahnung können wir uns gleich angucken und bevor wir das machen äh gehen wir auch in den anderen Facility-Raum da hinten nämlich dazu muss ich die Brücke aber nochmal runterlassen mit ein bisschen Glück können wir den Schlüssel danach wegschmeißen dann haben wir da ein bisschen Platz im Inventar und wir haben Glück oh nice ah ok wollen wir Schrot machen wollen wir viel Schrot machen ja, nicht schlecht ok dann haben wir haben wir hier alles warte mal ich möchte mal kurz hier runter weil ich glaube das letzte Mal haben wir so irgendwo falsch haben wir falsch hingetreten und sind dann hier die ganze sind dann da runtergerutscht dabei wollte ich mich dann noch hier umgeschaut haben aber hier war nix und wir hätten da so oder so runtergemusst äh und hier geht's auch nicht weiter na gut dann hab ich ja auch nichts mehr verloren dann kommen wir hier zurück dann ja cool war doch gar nicht so schlecht dann könnten wir noch ähm den Aufzug ausprobieren auch immer der hinführt hoch runter hoch 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 ziemlich schnell aufzug hoch muss ich den Raum kennen waren wir hier schon mal auf jeden Fall gibt's ja Magne-Munition das ist schon mal nicht verkehrt ah ja krass hier sind wir ich weiß aber immer noch nicht über das aufkriegen wir sind hier wieder in dem polizeipräsidium wir sind wieder unter dem polizeipräsidium krasser scheiß da geht's hoch in diesen geheimen raum lass mich raten wir können hier wir können dann bestimmt die Kurbel einsetzen um um die Statue wieder zu öffnen lass das machen weil irgendwas sagt mir dass das äh wenn wir das hier machen dass wir das Ding ja noch wegschmeißen können das hab ich im Ruin ha ha so dann das Gute ist zu kommen wir nochmal zurück und könnten äh wer weiß da ich finde mir noch einen einen Herzschlüssel oder so das wär doch geil nice oder haben wir sonst irgendwas im Haus vergessen? äh in der in der ähm äh in der polizeistation außer vielleicht weiß ich nicht ne blendgranate die irgendwo rumliegt also eigentlich nicht ne? sag mal was Leon mhm 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 Tja, ist die Frage, müssen wir an dem noch mal vorbei? Was war denn hier noch mal? Wenn man hier noch in die Mitte geht. Ich weiß echt nicht mehr, wo man da rauskommt. Ich glaube, es ist nicht so dramatisch. Ich glaube, wir können dann einfach... Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir sollten jetzt in die unterste Kanalisation gehen. Irgendwas sagt man, dass wir da hingehen sollen. Wo war dieser Spind eigentlich? Ah, kann man das hier noch sehen auf der Karte? Wo war dieser Spind? Habe ich voll vergessen. Egal, vielleicht sehe ich es beim Rendern. Denn, Rendern ist das Stichwort. Ich werde mal ein kleines Päuschen machen. Verstau noch ein paar Dinge. Das nehme ich mal mit. Das kann ich auch hier lassen. Das kann ich verstauen. Irgendwie sowas. Ich meine sowas. Genau. Und, ähm... Dann würde ich sagen... Sehen wir uns dann. Hoffentlich. Äh, beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt Resident Evil 2. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, Leute. 許 das небментroажд. 12 00